ich habe mal dann mal einfach ich weiß nicht wieso ich krieg mal einfach glatzköpfe aber hände und finger kannst du zeichnen was komischerweise ich kann ich kann keine haare ich bin alleine wählen wie glück da auch bei dir also b ist aber clean ja unter der brücke es wird alle jungs wird einer war oben brücke ist runter gegangen müssen schon spot sein oben oben brücke wieder zurück verschiebt habe ich bombe liegt hier auf bei patrick liegt die bombe hinter dir was für eine scheiß waffe alter was hast du denn thema ist aufgehoben oder war also mein marion möchte eine zeichnung oder sind marion solange warten muss ich mitte oben noch einer hier aber мяс warte 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 przykład hieraus oben da habe ich drei leute mitte weggemacht habe drei leute mitte hoch mit hochgegangen das alles mit einem magazin und zerstören eine Geht. Ruhige Bier. Ja, wieder weg. Mitte oben, gut. Sehr schön. Die Smoke bringt immer was zum Arschen, dass er rauskommt. Jo. Wir sind spät gesehen. Ich hab's gesehen. War da jetzt die ganze Zeit da? Oder ist er vor unten? Er war erst in der Smoke, ist dann da zurückgegangen. Da, hast du gesehen? Unten links hast du ganz kurz an deiner Waffe vorbeihuschen sehen. Außer du spielst nicht mit so viel Sichtweite. 100. Ja, 100, dann hättest du ihn sehen müssen, ja. Ich hab ihn ja auch gerade erst in gesehen. Bei der Waffe. Ja, Fah. Ja. Nehmt die Bombe. Zerstört die Bombe. Die Bombe gehört uns. Zerstört ihre Mafia. Ja. Wer oben down. Wer lang down. Einer noch, frein tunnel, geht wieder raus. Rein tunnel, geht wieder rein. Sehr schön. habe ich aber ich kann warten bis dass du die haare drauf hast also wieder so frühestens zehn jahren mal einfach glatz kopf ja mal krillin menschen wirst du hast aber krillin ist besser haben die nicht nicht kommen ich war ganz afg aber hat sowieso nichts aber das schon auf der brücke war ja auf der brücke wird da ich verstaun ich habe nichts gedacht dass er wird über mir einen aber eben noch brücke ich weiß nicht wo ist ich war unter mir das ist weil wir gerade so ein schweres spiel hatten dann ist das jetzt einfach sowieso keiner ich würde planten ich glaube ich treffe den mate nicht auf mitte oben unten mitte unten einer low mitte oben auch einer noch einer da wo er gestorben ist der eine und beide alle er defuse einfach und so ein hund ich muss clean das geben